ihre silberweißen laiber liegen dicht an dicht ineinander verschlungen manche mit offenem maul in dem noch ein kleiner fisch steckt alle qualvoll erstickt dutzende tote haie an einem beliebten touristen strand an der ostküste australiens was ist hier bloß passiert und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020